Willkommen zu einem neuen Folge... Oh nein, ich bin nicht gestartet! Verpasst! Alter, okay, so hochkomme ich nicht. Das war nice! Ich bin sofort verhörtert. Holy shit, unsere armen Nachbarn. Oh Gott! Ja, scheiß drauf, auf die Nachbarn. Meine Frau sitzt im Wohnzimmer und hat ne Telefonkonferenz. Mein Verlobte ist heute Gott sei Dank nicht. Das hätt ich mir wahrscheinlich auch schon wieder mal anhören müssen. Die macht dann immer so passiv-aggressiv meine Tür zu. Ja, die Tür zu. Und dann, wenn ich rüber gucke, war so ein vorwurfsvoller Blick. Oh fuck! Jawoll! Wer hat sich da gemeint, der ist ja lapsel durchsichtig. Warum? Na lol, da steht Jay. Hallo! Das gefällt mir hier alles nicht, muss ich sagen. Hier muss ich jetzt auch noch mal an. Ich hör jetzt gar keinen. Wollt ihr mich veralbern? Ich hab Angst! Ich hör gar keinen. Ich hab glaub ich eigentlich gesehen. Oh, warte mal. Mein Radar schlägt auf. Mein Spinnensinn! Mein Spinnensinn hat dritt gemacht. Da ist ne Scheibe kaputt gegangen. Das hab ich auch gehört! Das ist ne voller Horrorgame. Mein Spinnensinn! Aaaaaah! Okay. Okay. Jawoll! No Scope, Junge! Da unten ein Scheißloch sein. Wer ist blau? Weiße. Ich bin gelb. Christian. Oh mein Gott. Was? Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Ja, wie kann man denn... Hilda, du weißt doch, wenn ich jetzt auf Jonathan gehe, dann wird er wieder in 30 Jahren... Dann wird er wieder sagen, da! Da bist du auf mich gegangen! Jetzt bist du... Ach komm, das ist verstanden! Ich halte dich mit den Töten! Ich halte dich mit den Töten! Nee, Peter hat mich getötet! Du hast mich abgesnackt! Ah! Scheiße! Du wusstest, dass du mich abgesnackt hast! Mann! Ja! Ich wusste nicht, wo der andere war, leider! Perfickte Scheiße! Huren-Shotgun! Da! Genockt! Mati ist down! Da ist noch wer hinter! Habe ich auch! Einen Kill! Tot? Ja, tot! Nice! Gut Job! Wirst du beschossen? Ja, ich werde beschossen! Mal gesehen! UDA möchte dir zeigen, dass du die Basiken versteckst! Bevor sie sich in irgendeine Weise senden, sind wirklich gefährlich! Das ist halt echt ein gutes Spiel für Verstecken! Na, was ist denn da stehen? Neue Simulationsvideo! Und ich habe einen Simulator gefunden, der mir ebwürdig ist! Es ist der Gott-Simulator! Also Götter-Simulator! Es gibt irgendwie keine Hintergrundmusik! Das macht mich wahnsinnig! Dann gehe ich doch zur Super-Tier-Super-Bühne! Scheiße, ich bin gleichzeitig mit dem Letzten rausgegangen! Hup! Da habe ich mich wohl verzählt! Ich gehe A wie immer! Jay und ich sind A-Team! Alter, wir sind das A-Team, Junge! Dann fällt mir jetzt das auf! Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Weil ich Erster werden will. Jay will geil racen. Oh nein. Ich will auch geil racen. Ich mag das auch nicht mit Bus zu spielen. Aber ich mag das denen auszuweichen. Fetzer Falco, da ist er ja. Das gibt es doch hier nicht. Oh, nee. Moment, hat er noch mich geschossen? Alter, wie hat er so schnell geschossen? Aua, aua. Jay liegt einfach da im Grün irgendwo. Natürlich liege ich im Grün, das ist doch ein Sniper-Duell. Wo ist er hin? Ist er tot? Uuuuhh. Ach komm, ich bin... Natürlich liege ich im Grün. Heil ich mich? Sagen Christian, du fährst, oder? Ja, also du kannst halt C4 an den Wagen machen und die Minen halt hier vorne hinlegen. Oh Gott. Warte mal. Der nimmt die nicht auf. Ich fahr den Wagen zur Seite. Nein, Scheiße. Das bleibt nicht kleben. Peter, kommst du wieder hoch? Hat zwei Hits drauf gesetzt. Die haben halt die erhöhte Position, ne? Das ist problematisch, Sepp. Oh, da läuft noch einer. Oh mein Gott. Da, ich sehe einen. Hat wieder zwei Hits. Nee, nur der Rumpfwurf. Das geht auch. Echt? Klar geht besser da auch. Boah, über die halbe Map, Junge. Halt's auf, tut mir. Okay. Da, Kiva. Aha, guck mal. Und so schnell erschafft man Menschen. Ist gar nicht so schwer, Gott zu sein. Wie geil. Dadurch habe ich scheinbar mein Ziel bestätigt. Ich habe jetzt Pause gesagt. Okay, mich guckt gerade ein sehr böser Taxifahrer an, weil der mich jetzt hier schon seit sieben Minuten anguckt und fragt, wo er mich denn hinfahren soll. Okay, das ist so eine Pfeil. Okay, ich habe nur so Pfeilscheiße. Okay, ich reite in Emo. Let's go. Ich muss ins Gebiet, Kumpel. Ich reite auf einem Emo, Junge. Wie awesome ist das? Der kann ich mal hier schießen? Nee. Aber der kann beißen. Okay. Kurbel, jawohl. So muss das. Oh Gott. Alter, leid. Oh. Oh. Oh, immerhin rausgedreht. Oh, ey. Hey. Yeah, Alter. Alter, hat er mich weggekickt. Ja. Ja, ihr spielt quasi zusammen gegen mich. Ich sehe ihn. Du siehst ihn. Du siehst ihn. Was ist er denn? Ja. Markiert mit mittlerer Maustaste. Er läuft zu einem der vielen Häuser. Oh ja, oh ja. Hör mal auf zuzuhören. Das ist privates Gespräch hier. Oh ja, das haben wir auch gesehen. Was machst du denn da? Ich fiel das für sinnvoll. Lord Burg ist nicht. Jawohl. Hey. Hey. Ich habe hier nicht bezahlt für Doppelrutsche, ja? Was? Ich habe den ersten Schock gedrückt und der stirbt nicht und ich sterbe jetzt. Ich bin tot. Ich bin ausgelockt von Sepp. Links von mir. Komm, 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 komm. Ich bin down. Der ist bei mir. Hab einen. Hab Jay. Scheiße. Den habe ich nicht gesehen. Alter Kacke. Fuck. Boah, hat er mich direkt gedownt mit der... Den habe ich mich voll erschrocken. Wo ist Jay? Bei BCH4. Oh, hey Jay. Okay. So. Moment. Aber jetzt hast du mich erschlagen. Haben wir doch gesagt, Messern ist okay. Achso, okay. Ich dachte, damit wären nur Wurfmesser gemeint. Guck mal hier, Peter. Ich will Landwirt werden. Ich mache den... Da ist ein Wolf. Da ist ein Wolf. Nicht gut. Der will dich direkt platt machen, Peter. Da. Da ist der Wolf. Fick dich, Wolf. Headshot. Also, hab du dir direkt gedownt. Dafür braucht man ein Messer. Ich kann den tragen. Leute, ich habe jetzt einen Wolf dabei. Ich trage den Wolf als Hut. Der fährt ja gar nicht. Okay, wir müssen mal anhalten und losfahren. Anhalten und losfahren. Und wir hätten Hilfe, damit der einfach an Leuten vorbeifährt. Der fährt bei mir eine Kurve. Jawohl, wir sind unterwegs. Ich würde sagen, das sind Cheater, oder? Overwatch würde ich sagen. Guck mal, der hat sogar die Sniper da benutzt. Ja, ist da krass. Ich meine... Alter, das ist ja komplett... Ich mache jetzt auch mal an. So, jetzt geht ab. So, kaufen, ne? Ja, Bram, guckt auch im Boden. Ja, kaufen. Und wir kaufen. Nein, 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 ich abkürzen. Oh, du jetzt... Mann! Oh, yes! Christian! Was denn? Ich bin in den Dreck gekommen. Entschuldigung. Da hat dich halt der Buskollegen jetzt weggemacht. Was, was? Was, was? Ich habe mich überschlagen an einem Scheißbusch. Da hat doch gar keiner was gesagt. Also, falls ihr nicht verstanden, dass der eine Bus hat gerade den anderen Bus weggemacht. Jetzt höre ich die geile Änderung. Alter, was sind denn das für Schritte? Na? Nee! Alter, als ob! Alter, da kommt der da angekrochen. Das gibt's ja nicht. Ja, weißt du, wie wurde gesagt, Schritte machen ist laut. Ja, das ist richtig. Ja. What? Ach, du Scheiße. Alter, ist das dich am Boden. Okay, ich bin gestorben. Ach, scheiße. Ich habe aber gar keinen Aim gerade drauf. What? Oh mein Gott, wie awesome. Die Ambrust explodiert und hat dich dadurch noch gekillt. Wo sind die anderen denn? Ich, äh... Oh Gott. Ich soll die Sache wieder weiter. Ich hocke. Wenn du es so wissen möchtest, ich hocke gerade. Ich warte auf den Hardblieger. Ey, Pina, dreh dich mal um, du Dulli. Ich bin natürlich die ganze Zeit in den Inständen bewirbt. Alter, ich hatte voll Schiss, ey. Also, ich bin ein bisschen lost, würde ich so sagen. Wir müssen ja erst mal lernen hier. Weißt du, die Wölfe heulen hören? Die wollen, glaube ich, ihren... Alter, wie schnell dieser Baum umfällt. So, ich bin jetzt zweimal draufgeschlagen. Ah, komm. Die Landschaft von alleine? What? Was ist denn jetzt passiert? Nee, mach mal nicht. Was tust du denn da? Hör auf hier. Aus. Lol, man kann einen UFO holen. Guck. Lol, der hat einfach so... Hey, hör auf. Er hat mich. Nice. Ich hab den ersten Kills. Nein, Sepp hat schon einen. Ja, Jay. Okay, Mitte ist clear. Ich guck nicht. Er hat da auch schon einen, oder? Warte, warte, warte. Peter, will ich... Also, das ist ja das Problem. Ich kann nicht fahren, wie ich will. Oh, ihr habt sich auch gerade überholt und rausgekegelt, Leute. Jetzt seid ihr dran. Wenn du einmal auf den Dreck kommst, drehst du dich halt super schnell. Du kannst auch nicht mehr bleiben. Jetzt seid ihr dran. Ich bin positiv. Ich bin positiv, dass ich gerade gemacht habe. Ich glaube, gar nichts, ey. Ich dachte, wir gehen hier zusammen und jetzt wird das irgendwie TTT, oder was? Ja, ohne Witz, ich bin mir auch nicht sicher. Lügt ihr? Lügt ihr nicht? Warum glaubt ihr mir denn nicht? Da geht ihr mal den Turm hoch. Zwei, eins. Jo, da ist er abgesprungen. Nein, ich wollte doch gerade Christian. Du hast gesagt, da geht einer den Turm hoch. Ja, ich wollte... Das war Bait. Das war Bait. Deine Mutter Bait, mein Sack. Das war Bait. Der wird Trey... Ja, okay. Äh, Moment. Ich muss ein Auto rufen. Okay, Bram, ich hätte... Also, ich hätte diese Explosionsdinger ein bisschen weiter vorn... Leute. Was denn? Ich hab nur keine Mund mehr. Du bist einfach so theatralisch umgefallen. Ich hätte die ein bisschen weiter vorne gelegt, sodass du quasi... Ich weiß nicht, warum ich das für ein Gefühl hatte, aber gefühlt waren die ein bisschen zu weit hier. Oh, scheiße, nein! Da sich der Wagen ja dreht im Flug. Ah, guck mal, leben noch die beiden. Ja, ja. Also, wir haben da ein Team, haben wir gedownt. Ah, ja, macht Sinn. Und wir sind auch down. Logischerweise sind da die Hälfte. Das ist richtig. Mathe, Mann. Und er summont Atombomben. Was denn? Diese Kollege kann die ganze Welt zerstören. Diese Welt war schlecht, denn es gab einen Finger neben Gott. Es gab einen zweiten Gott, sozusagen, der nicht aufzuhalten war. Und deswegen schuf Gott die Atombombe. Da fällt sie. Na, moin. Da haben wir ja gar nichts gemacht. Warum hast du hier an der roten Ampel? Wir stehen mitten auf der Kreuzung, Alter. Welcher Lacker fährt eigentlich so easy da rum? Peder ist so ruhig. Ja, Peder ist das doch am Start, Junge. Ich habe mich zwei Millimeter bewegt. Ich möchte ganz kurz sagen, also meiner fährt auch immer rot. Der Interessent hat einen dicken Fick alles. Scheiße. Das war belastend. Okay, der muss hier vorbei, ne? Oh, wir haben wir getötet, die Sau. Oh, moin. Wir können. B. 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 Scheiße. Auf jeden Fall ein bisschen was los. S. Tür. Christian, ich sehe links die Tür nicht, ne? Ja, sie sehe ich. Da ist er. Ja, ich habe die Bombe. Ey, das ist so lächelig. Bombe B. Bombe B. Okay, auf dem ersten Platz pocht mein Herz so stark. Ohne Kacke. Ich habe voll einen Crash gebaut. So eine Kacke. Oh no. Mann, verbiess dich! Nicht mich jetzt auch noch killen, das wäre echt scheiße. Oh nein, das wäre echt krass. Wenn du da jetzt wegspielst, dann wär's schon hartassig. Fuck you, Christian. Ja! Da ist er. Die zwei Tropfen, weißt du? Peter, wem wusste der da noch schlimmer als bei mir letzte Mal. Heute Frühjahrfeierabend. Oh Gott, hab ich mich erschrocken! Er schießt mit der Armbrust auf mich. Boah, Alter! Der hat Klatsch gemacht. Fuck me, Emil! Krass, den hab ich auch noch gekriegt, wo ich angehltet war. Und Jay ist auch noch hinter mir. Wollen wir gleich mal auf den Berg gehen und gucken. Ja, aber Smogel trifft ja nix. Das ist ja das Problem. Die schießen aber bergab. Und die anderen schießen bergauf. Ja, du überanalysierst. Das ist alles scheißegal. Nee, nee, ich sag dir, Team Smogel, du so werden gewinnen. Boah, das ist so beide. Okay, das ist gut. Das heißt, wir sind näher an dem Ding dran. Oh ja, ein Header! Oh, down! Oh, nice! Yes, kill! Smogel ist tot, der andere ist auch da. Peter hat's gesehen. Schön, schön, schön sind. Fuck! Sehr schön. Jawoll, tot. Das war's. Komm, scissor! Ja, scissor, schmissor sei immer. Wir sehen, wir sehen O2. Ja, das ist der Mobilfunkanbieter. Also, ob wir Netz haben. Kleiner Scherz ist, ob wir Sauerstoff haben. Wir sehen, ob wir hungrig sind oder nicht. Und ob wir... Warte mal, hier sind wir. Oh, scheiße! Im Reiter schießen! Ich bin einfach in meinem Bild umgefallen. Oh, Mann, ey!